Stimmt, stimmt. So, hier war ich jetzt noch gar nicht. Ganz neues Gefilde hier. Da sind welche. Ja, ich würde sagen, teilen wir uns auf und wenn wir es müssen. Oh, ich komme direkt zum Dialog. Ich wollte auch da hoch springen. Vielleicht kannst du hinter dir gehen. Warte mal, ich bin jetzt in Kontakt mit der. Ich positioniere mich jetzt mal anders mit dem anderen Typen hier. Warten wir gerade. So, Barbar überzeugen. Schießt sie runter. Diese Klasse hat Wildheit genommen. Schaffe Instinkte, rhythmische Körpereinheiten. Okay, ich bin ja ein Baba. Ach so, du bist kein Baba. Warte mal, du bist in der Kommunikation. Wer denn? Sonst könnte ich das wohl nicht auswählen, weil ich bin Waldläufer. Hä? Ach so, ich war der andere Typ gerade. Ich habe quasi eine Stimme auf meine eigene Unterhaltung gegeben, weil ich mit dem anderen Typen reingegangen bin. Ach so. Du kannst die Schattenherz aber jetzt auch noch positionieren besser, ne? Unten links. Okay. Dann kommst du wahrscheinlich direkt zum Fight, aber ne. Na, das bin ich mal gar nicht so sicher. Ja. Sie ist richtig. Niemand sagt, dass das Ding los geht. Nicht sogar uns. Daneys. Enough. Läufer die Trap. Radio Blade. Hehehehe. Siehst du? Das ist schon ein Vorteil. Vorteil von Barbar. Die Tieflinge angreifen. Oh, das ist aber schon eine harte Entscheidung jetzt. Wollen wir da Eisel mitnehmen? Na, ich habe doch keine Präferenz. Ich mag die Gis Yankee eh nicht sonderlich. Also die Tieflinge angreifen? Oder sie angreifen? Wir können sie auch gerne unbuchsen von mir aus. Hehehehe. Ja. Wenn die jetzt hier schon so blöd macht. Ist selber schuld. Ehrlich gesagt. Stimmt, da ich mal könnten sie theoretisch auch bewusstlos schlagen und sie dann hinterher mitschleppen. Das ging vielleicht auch. Ja, probier's. Ah, komm ich hier nach dran. Ich wundere, ob das wert ist. Nehm dies. Na. Na gut, die zwei bringen die aber um. Na klar. Ja, vier gegen eine. Fünf. Na ja, fünf sogar. Haben ja mittlerweile auch schon den Astarion noch dabei. Nachnehmen muss nicht sein. Einfach drauf schießen. Hat der nur. Alter. Zwölf Hit-Points. Hehehehe. Okay. Die hat halt die ganzen Ausrichtungsgegenstände, ne? Ja. Ja. Ja, natürlich. Warte, Neymesser. Du hast groß gemacht. Jetzt komm. Wir haben einen Blast, um zu investigieren. Du hörst nicht. Wir haben unseren Kampf gut, also wir kamen für einen Blick. Aber gerade so. Ja, das ist gut. Und. Und. Nordwesten. Okay. Ja, mal kurz einen Ausrüstungscheck hier machen. Ja, ich schau auch gerade, was sie das so alles dabei gehabt hat. Also wir haben jetzt auch verdammt viele Sachen hier. Gleich mal ihre Stiefel anziehen. Hähehehe. Hähehehe. Die plattenpanzer. Mhm. Aber. Was bringen jetzt die. stiefel oder so also wenn da jetzt nichts an rüstung steht dann naja kannst ja im inventar schauen also die bringen jetzt zum beispiel athletisch plus 1 was natürlich besser ist als stiefel wo gar nichts drauf ist so wie bei dahin zum beispiel du hast jetzt athletisch plus 1 wo sehe ich das aber wenn da nichts drauf ist dann ist egal was das ist also einfach wahrscheinlich kosmetik war damit auch morgenstern irgendwo was oh ja das klappt ja super ok also krass nordwesten also andere seite hier noch weiter gehen gucken